Hallo und herzlich willkommen bei Lebenskunst. Bewusstes, autarkes und freies Leben. Am letzten Wochenende gab es einen scheinbaren Ausbruch des sogenannten Norovirus auf den Cannstatter Vasen in Stuttgart. Und das möchte ich einmal zum Anlass nehmen, um über verschiedene Thematiken zu sprechen, die da drin stecken. Zum einen geht es um das Virus an sich, wozu ich in der Vergangenheit schon einiges gemacht habe, als auch um das Thema Ansteckung, aber auch um das, was medial daraus gemacht wird. Denn mir sind da einige Ungereimtheiten aufgefallen. Ich fange erst mal bei den Ungereimtheiten an, denn das ist ziemlich schnell und einfach erklärt. Es sind scheinbar 400 bekannte Fälle vom Samstag und 30 bekannte Fälle vom Sonntag vorhanden, in denen sich Menschen mit entsprechenden Symptomen gemeldet haben. Das heißt, wir haben in Summe 430 Betroffene und es wird davon gesprochen, dass es natürlich eine hohe Dunkelziffer gibt, weil es ja nach der schulmedizinischen Theorie so ist, dass natürlich dann auch die Menschen, die betroffen sind, andere Menschen, sprich in der eigenen Familie, beim Partner, eine mögliche Ansteckung da sein könnte, beziehungsweise diese Menschen das weiter verbreiten. Hierbei ist es so, dass aber nur drei getestete Menschen auch wirklich einen Befund des sogenannten Norovirus haben. Was daraus aber gemacht wird, ist, dass ein Ausbruch des Norovirus da ist und 430 Menschen betroffen sind und die Dunkelziffer ganz hoch ist. Das heißt, es ist so, wie es dargestellt wird, nicht so, wie es wirklich ist. Hierbei weiß ich selbst nicht ganz genau, wie das Ganze überhaupt erst zustande kommt, dass 430 Menschen Symptome haben. Also nicht, wie die Symptome zustande kommen, dazu werde ich gleich etwas sagen, sondern wie das vonstatten geht, wie dieser Prozess gestattet ist, beziehungsweise ermöglicht wird. Sind die Betroffenen in der Lage, sich da irgendwo zu melden, sei es beim Gesundheitsamt oder beim Veranstalter direkt? Wie wurde das gemacht, wie ist das Vorgehen? Dazu habe ich nichts gefunden, denn der Norovirus an sich ist ja eine meldepflichtige Krankheit, beziehungsweise das, was daraus hervorgeht, nämlich die Symptome. Da es ja als sehr ansteckend gilt und demnach auch erhöhte Vorsicht geboten ist. Dennoch ist genau dieses Zelt immer noch offen, weil ja auch dann an einem Tag später, das heißt am Sonntag, als bereits Samstag bekannt war, dass sich wohl scheinbar 300 bis 400 Menschen angesteckt haben, dennoch dann das Zelt offen blieb, sodass es dann zu weiteren Fällen am Sonntag kam. Und bis heute, Stand heute, wir haben einmal Donnerstag, ist das Zelt immer noch offen. Da kommen bei mir einige Fragezeichen auf, nämlich, wenn es doch hoch ansteckend ist und wenn das sogar eine meldepflichtige Thematik ist, weshalb ist dieses Zelt noch offen? Hierbei kann sich jeder mal selbst Gedanken machen, weshalb das wohl der Fall ist. Heute, am Donnerstag, dem 25.04. gab es auch noch einige Informationen diesbezüglich, nämlich, dass das Essen nicht dafür verantwortlich sein kann. Erstens sind dort strenge Kontrollen, was eben das Essen und die damit auch befindliche Hygiene da ist, beziehungsweise, was damit letztlich dann auch in Verbindung gebracht werden kann, dass eben mit dem Essen womöglich etwas nicht stimmen könnte, dass es einfach verdorben ist oder vergiftet ist. Das wurde ausgeschlossen, nicht nur vom Veranstalter selbst, sondern auch vom Gesundheitsamt, da entsprechende Proben bereits am Samstag genommen wurden. Das heißt, das, was letztlich dafür verantwortlich sein könnte, sogar aus der Perspektive der germanischen Heilkunde, scheint nicht verantwortlich gewesen zu sein. Deshalb ist ja dann die große Frage, wenn man sich das anschaut, woher kommen die Symptome? Hat der sogenannte Norovirus damit etwas zu tun? Und vielmehr, was wird daraus gemacht? Was daraus gemacht wird, das habe ich gerade schon ein bisschen zusammengefasst, denn letzten Endes ist es so, dass drei wirkliche scheinbare Befunde da sind und beim Rest gibt es gar nichts. Wie gesagt, ich weiß nicht einmal, wie diese Ziffer zustande kommt. Und ich nehme an, dass Menschen, die Symptome hatten, sich gemeldet haben. Das ist aber nur eine Annahme. Es kann natürlich auch sein, dass sich zwei, drei Menschen gemeldet haben, die vielleicht dann auch entsprechend diesen Befund, dieses Testergebnis hatten und daraus dann einfach eine Zahl gemacht wurde. Das könnte man genauso als Hypothese mit einbeziehen. Aber natürlich gibt es da bestimmt Meldedaten aus dem Gesundheitsamt in Stuttgart. Diese sind aber natürlich öffentlich nicht zugänglich, sodass das nur meine Annahme sein kann. Aber wir haben drei von 430 sogenannten bestätigten Fällen, bei denen aber eben nur drei Fälle dem Norovirus zugeordnet werden. Wenn man sich jetzt mal rein theoretisch das Ganze so anschaut, dass nicht nur drei bestätigte Fälle da sind, sondern 430 bestätigte Fälle, überall wurde der Norovirus nachgewiesen, was an sich schon bereits fehlerhaft ist. Denn wie wir hoffentlich mittlerweile alle wissen, gibt es hier keine krankmachenden Viren. Hierbei ist es so, dass es sich um sogenannte Immunglobuline handelt, die in jedem Menschen vorkommen, die deshalb ja auch nicht zwangsläufig zu Symptomen führen. Nämlich in Wirklichkeit nie zu Symptomen führen, denn diesbezüglich gibt es keine Korrelation. Das Vorhandensein hat an sich nichts damit zu tun, dass Symptome da sind, sondern es ist eher andersrum. Dass wenn Symptome da sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass entsprechende Viren und Bakterien in der jeweiligen Phase am Prozess beteiligt sind und demnach dann auch durch eine entsprechende Testung etwas vorgefunden werden kann. Aber das eine führt nicht zum anderen und vor allem macht das Ganze in der Hinsicht nicht bösartig krank. Das heißt, wir haben hierbei schlichtweg keine Verbindung. Diese Verbindung liegt aber natürlich oberflächlich trotzdem immer vor. Deswegen funktioniert ja auch nach wie vor aus diesem Blickwinkel die Theorie der Schulmedizin. Wie kann das also zustande kommen? Denn es gibt keinen krankmachenden Norovirus. Hierbei ist es so, dass hier das Thema der Ansteckung natürlich thematisiert werden muss. Und ich habe das schon bestimmt in fünf oder zehn Videos immer mal wieder versucht zu erklären. Das ist ja egal wo ein Thema. Ob das jetzt im Kindergarten, in der Schule, im Job oder in der eigenen Familie der Fall ist. Es gibt ja nachweislich so gesehen Ansteckungsfälle. Das heißt, wir haben eine sogenannte Infektionskrankheit und diese schwappt quasi, ohne dass es jemand sehen kann, auf jemand anderes über. Und somit gibt es einen Träger. Und wir haben zum Schluss zum Beispiel fünf andere Menschen, die dieselben Symptome haben. Und genau hier liegt bereits auch wieder der erste Fehler, wenn es um das Thema Ansteckungstheorie geht. Wir haben in den seltensten Fällen dieselben Symptome. Wir haben ähnliche Symptome, die dem gleichen Krankheitsbild zugeordnet werden können. Denn wenn du dir mal ein Krankheitsbild anschaust, wie zum Beispiel auch die Auswirkungen des sogenannten Norovirus, dann handelt es sich hierbei um mindestens acht verschiedene Symptome. Das häufigste, was vorkommt, was quasi zusammengefasst wird, ist Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Hierbei handelt es sich immer um einen Brockenkonflikt. Das heißt, diejenigen, die Übelkeit, Erbrechen und letztlich Durchfall haben, haben einen Brockenkonflikt erlebt. Hierbei muss man natürlich nochmal unterscheiden zwischen dem Darm und dem Magen, weil wir natürlich auch die Übelkeit und das Erbrechen dann eben aus dem Magen heraus haben und aus dem Darm eben der Durchfall. Das muss an sich aber gar nicht so sein. Das heißt, es gibt zum Beispiel beim Durchfall natürlich auch nochmal andere Gründe, weshalb Durchfall stattfindet. Genauso das Gleiche bei der Übelkeit und dem Erbrechen. Wenn es aber eben um einen Konfliktverlauf geht, ist das immer ein Brocken, den man entweder nach oben oder nach unten loswerden möchte. Und deshalb ja auch der sogenannte Nahrungsbrocken in Bezug auf den Magen. Hier ist es so, dass wenn ich verdorbenes Essen zu mir nehme, dann kann der Körper damit nichts anfangen, er kann es nicht verwerten und dementsprechend möchte er es sofort wieder loswerden. Und das ist eben deshalb auch ein Grund, weshalb dann eben geschaut wird, wie sah es mit der sogenannten Hygiene aus oder war das Essen eben verdorben. Das könnte nämlich ein Grund darstellen. Offensichtlicherweise ist das aber nicht der Fall. Deshalb schauen wir uns das Ganze nochmal genauer an. Wir können also davon ausgehen, dass es ein Brockenkonflikt ist. Ein Brockenkonflikt ist hierbei immer verbunden mit dem Ärger. Wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, wer geht denn auf die Cannstatter Wasen? Wer geht in ein Bierzelt? Dann könnte man erst mal sagen, der Durchschnittsmensch. Also jemand, der Alkohol trinkt, jemand, der Spaß damit verbindet, dass ganz, ganz viele tausende Menschen da sind und der vor allem da wahrscheinlich auch hingeht mit Freunden. Hierbei ist der Hintergrund natürlich sehr, sehr unterschiedlich, weshalb man das macht. Aber was theoretisch und praktisch bei fast jedem Menschen hierbei auftreten kann, ist, dass er seinen Alltag hinter sich lässt. Vor allem an einem Samstag, bei dem man sich vielleicht schon seit zwei, drei Tagen darüber freut, dass man dort hingeht und dann natürlich dort auch so ein bisschen hemmungslos mit einer entsprechenden falschen Freude dort einfach das hinter sich lässt, was einem am Tag beziehungsweise in den Wochentagen so richtig nervt und ärgert. Sei es die Familie, sei es der Job, sei es die Partnerin, der Partner oder was auch immer. Diese Feste sind natürlich potenziell dafür geeignet, dass es zu Konfliktlösungen kommt. Weshalb? Weil ich ja aus meiner Alltagssituation herauskomme. Und wenn man sich dann eben anschaut, wann treten wie die Symptome auf, dann könnte man mutmaßen, dass hier eben eine entsprechende Heilungsphase von einem Brockenkonflikt da gewesen ist. Doch weshalb trifft es jetzt womöglich 430 Menschen? Das ist damit erklärbar, dass entsprechende Energiefelder Menschen beeinflussen. Und dafür braucht es nicht einmal 4 oder 5 Menschen. Da reicht ein einziger Mensch theoretisch und auch praktisch aus. Das heißt, wenn Menschen sich in derselben emotionalen Lage Befassung befinden, das heißt hierbei sprechen wir davon, dass eben 300, 400 Menschen alle mit einem aktiven Brockenkonflikt herumlaufen und hierbei die Stimmung so gesehen durch einen oder eben durch mehrere wechselt und damit eine Gruppendynamik entsteht, ein entsprechendes Feld entsteht, kommen allesamt in die Heilungsphase. Und was passiert dann in der Heilungsphase? Ich kriege Durchfall oder ich erbreche. Je nachdem, ob der Magen oder der Darm betroffen ist. Es gibt aber, wie ich ganz am Anfang ja gesagt habe, eigentlich mal mindestens acht verschiedene Symptome, die dem Ganzen zugeordnet werden. Und wenn ich mir dann eben anschaue, was dann vielleicht noch für Symptome da sind, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, wie zum Beispiel aber auch Bauchschmerzen, die ja eigentlich dann auch vielleicht mit der Übelkeit und dem Erbrechen einhergehen, habe ich verschiedenste Möglichkeiten, um das Ganze zusammenzuwürfeln. Das heißt, da wird immer ein Schuh draus. Ich habe so gesehen dann immer Fälle, die dem Norovirus zugeordnet werden. Zumindest, wenn man das so betrachtet. Hierbei sollte man dann, um das Ganze wissenschaftlich abzuklären, einen Test durchführen. Der Test an sich ist bereits zwar schon nicht wissenschaftlich, weil er auf einer falschen Basis basierend ist oder auf einer falschen Annahme. Aber dennoch wäre das zumindest in erster Instanz das, was man machen könnte, um dann nicht einfach fälschlicherweise das dem zuzuordnen. Weil ich hatte vor zwei Tagen auch Kopfschmerzen. Habe ich jetzt den Norovirus, weil ich im Stuttgarter Cannstatter Vasenzelt war? Nein, da war ich nicht. Und deshalb habe ich auch die Kopfschmerzen nicht gehabt. Aber das sind halt eben die Zusammenhänge, die dann ein Bild erzeugen oder erzeugen sollen, welches gar nicht da ist. Das heißt nicht, dass ich sage, da gibt es gar keine 430 Menschen, die irgendwelche Symptome hatten. Sondern ich sage nur, dass das Ganze nichts mit einem Norovirus zu tun haben muss. Selbst wenn er nachgewiesen wird oder wurde. Das hängt, wie gesagt, damit zusammen, dass wir, wenn wir mit Menschen zusammenkommen, in ein entsprechendes Energiefeld kommen. Und dieses Energiefeld kann sehr viel verändern. Verändern. Beziehungsweise dadurch kannst du Dinge erleben, die du sonst nicht erlebt hättest. Und das ist zum Beispiel auch das, was man generell in Bezug auf das Thema der Ansteckung sieht. Weil es braucht kein 500.000 Mann-Personenzelt, um so etwas zu erleben, sondern es braucht vielleicht nur die eigene Familie. Da gibt es genauso eine entsprechende Gruppendynamik, ein entsprechendes Energiefeld. Und wenn es dem einen schlecht geht und der andere für den einen mitempfindet und der nächste und der vielleicht seine eigenen Themen hat und diese Gruppendynamik dann dazu führt, dass Stück für Stück alle in die Heilungsphase kommen, dann aber unterschiedliche Symptome haben und man dann noch sagt, ja, die haben sich gegenseitig angesteckt, dann macht das schon rein aus der schulmedizinischen Sicht gar keinen Sinn. Es wird aber nach wie vor so erzählt und in solchen Fällen kann das Ganze dann natürlich auch bestätigt werden. Ich würde das Ganze eben so sehen, dass wir hier Menschen an einem Ort hatten, bei dem es so ist, dass diese Menschen davor bereits einen Brockenkonflikt oder eben andere Konflikte aktiv hatten und durch dieses Feld, durch das, was sie dort gemacht haben, auch mit ihren eigenen individuellen Beweggründen in eine Heilungsphase gekommen sind, wenn die, sage ich mal, Aussage und auch die Prüfung in Bezug auf die Lebensmittel so nicht tatsächlich stimmen sollte, ist es nochmal was anderes. Aber wenn es stimmt, würde ich das als Perspektive sehen, um mir das zu erklären. Und das würde übrigens auch erklären, was ich jetzt vorhin noch nicht erwähnt hatte und das fand ich ganz lustig, das zu lesen, dass davor, nämlich vor dem Nachmittag, vor dem Samstagnachmittag, noch gar keine Fälle bekannt waren. Das heißt, die Menschen, die vor dem Nachmittag dort waren, denen geht es allen gut. Deshalb wird auch vermutet, dass es jemand war, der das schon mit ins Zelt gebracht hat. Nur nachmittags und dann scheinbar sonntags nochmal. Kann natürlich aus rein medizinischer Sicht, aus schulmedizinischer Sicht, so sein, macht aber aus germanischer Heilkunde heraus gar keinen Sinn. Vor allem, wenn man sich eben anschaut, wie das Ganze entsteht und dass es eben keinen Träger gibt, der das Ganze so gesehen ausstreut. Aber es wird natürlich medial mal wieder aufgegriffen, mal wieder groß gemacht, aber dennoch, obwohl es so hoch ansteckend ist, wird trotzdem das Zelt offen gelassen. Und das ist dann aber eigentlich wiederum etwas, bei dem jeder so ein bisschen mal hinterfragen sollte, wie das denn sein kann. Denn ich kann ja nicht hierbei eine entsprechende Doppelmoral haben, vielleicht auch doch, denn sonst müsste ich ja einfach zumachen. Aber ich würde behaupten, da geht dann doch ein bisschen zu viel Umsatzflöten, dass man da einfach mal das Ganze schließt und sagt, hier, wir untersuchen das Ganze erst mal und dann könnt ihr wieder öffnen. Was ja bei dem Einzelnen oft so gemacht wird. Also schaut euch mal in der Gastronomie das Ganze an. Wenn da irgendwo was gefunden wird, dann kommt das Gesundheitsamt, die machen da ihr Siegel drauf und dann ist da erst mal gar nichts mehr los. Und wie sieht es auf den Cannstatter Vasen aus? Das ist ja dann genau das gleiche Thema mit sogar getesteten Noroviren. Das wirkt ein wenig scheinheilig und vor allem das, was erzählt wird, passt aus meiner Sicht auch nicht wirklich mit dem zusammen, was dann eben rein aus der Ursachenforschung heraus auch sein könnte. Wie gesagt, man kann sich das Ganze dadurch erklären. Ich würde aber, wenn es um meine persönliche Sicht geht, sagen, da gab es vielleicht eine Handvoll Menschen, vielleicht aber auch mehr, sei es 20, 30 Menschen, die entsprechende Symptome hatten und bei denen das aber auch darauf zurückzuführen ist, dass sie entsprechende innewohnende Prozesse hatten. Dann gab es da halt eine entsprechende Dynamik, die dafür gesorgt hat, dass die Menschen in die Lösung kommen. Dass man dann aber eben da eine riesengroße Zahl daraus macht, ist aus meiner Sicht nicht ganz die Wahrheit. Wie gesagt, die offiziellen Daten, die könnte man dann zurate ziehen, um sich das eben anzuschauen. Die habe ich aber nicht, weil sie eben nicht offiziell sind, sondern eben da ein entsprechender Verschluss da ist. Zumindest habe ich bis zum heutigen Zeitpunkt nichts derartiges gefunden. Jetzt würde mich natürlich interessieren, warst du auf den Cannstatter Vasen am Samstagnachmittag, generell am Wochenende und hast da vielleicht für dich auch deinen Alltag hinter dir gelassen? Ich würde mal behaupten, ein Großteil meiner Zuschauer würde da gar nicht hingehen, aber vielleicht kann es ja doch sein. Und hast du derartiges schon mal erlebt? Warst du vielleicht auch schon mal auf einer etwas größeren Veranstaltung und hast dann festgestellt, dass irgendwie zehn Menschen, mit denen du dich umgeben hast, dann alle krank geworden sind, Symptome bekommen haben? Und kannst du das vielleicht auch darauf zurückführen, was ich gerade in diesem Video erklärt habe? Wie sind deine Erfahrungen damit? Lass es mich wissen in der Kommentarsektion unter dem Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und dich vielleicht auch zum Nachdenken angeregt hat in Bezug auf persönliche Erfahrungen, dann würde ich mich an dieser Stelle über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, die eventuell dort waren und vielleicht mir auch einen ganz persönlichen Erlebnis, Erfahrungsbericht darlassen können in den Kommentaren, dann teile diesen doch bitte dieses Video hier von mir. Solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals hier sein, dann hol das doch bitte jetzt einmal nach. Und wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neue hochgeladene Video von mir angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar.